Was schickt ihr mir für ein Bild? Ich muss kurz gucken, ob ich die anderen Streams auch mal mit Overlay gehabt habe. Ich muss kurz gucken, warte mal, ob ich die anderen auch mit Overlay hatte. Es lädt, ich will nicht auslädt, denn wenn es lädt, dann kann ich nicht spielen. Ich werde das ganze Resident Evil Gameplay auf YouTube hochladen. Ja, okay, hätte ich auch hier oben gehabt, okay. So, ich werde es heute ganz kurz nicht, dass diese Copyright Kacke da mich irgendwie... So, ich bin wieder da, perfekt. Beispiel ist Resident Evil zu Ende. Weil ich ja die letzten Tage... Wie heißt denn das? Heißt doch, da sind Evil 2 ja oben in Sturm. Da sind Evil 2. Ähm... Ja... Habe ich ja die letzten Streams abends mal gezockt. Ich kann mit Resident Games nichts anfangen. Ich... Irgendwie... Also... Ich mag die... Ich bin schon 6 Stunden drin im Game. Würde ich eigentlich alles hochladen auf YouTube, aber es wird wahrscheinlich mega lang dauern zu hochladen. Aber egal. Ich finde die geil. Also... Wenn die so sind... So Resident Evil 5, finde ich zu cool. Ich mag Resident Evil 5. Ich fand auch Resident Evil 8 geil, aber Ego-Perspektive ist immer noch gruseliger. So... So mag ich Resident Evil Teile mehr als Third Person. So, ich habe die letzten... Male... Äh... Resident Evil abends nach der Spieltisch gespielt. Jetzt spiele ich weiter. Werds wahrscheinlich heute noch beenden. Also ich werde es heute beenden. Definitiv. Ähm... Und noch was? Ja. Okay. Hier haben wir... Letzmal aufhört. Aufhört glaube ich. Genau. Dann speichern nochmal. Weil ich mir unsicher war. So. Was habe ich denn hier alles nochmal? Das habe ich. Äh... Verteilerkartusche... Was hat das nochmal? Da steht glaube ich auch was drauf, hm? Ach ja, genau. Habe ich erst Hilfe-Spray? Doch, habe ich. Ha, habe ich gesehen. So. Wo wollte ich jetzt hingehen und es aktivieren? Wo war das? Konferenzraum glaube ich, ja. Falsch. Falsch. Wieder. Ich muss sagen, der Teil gefällt mir bis jetzt auch echt richtig gut gerade. Hä, ist doch schon jetzt? Bin ich gerade dumm? Was ist eigentlich meine Mission? Wann? Verteilerkartusche... Also Pflanze 43 vernichten, okay. Okay. Wie gut hätte Pflanze 43 vernichten. Achso, ja genau. Ah genau. Ah genau. Ich hab die Zentren mit der Abwehrung geblieben. Ich habe den Abwehrung geblieben. Ich bin hier mit der Ausnahme. Ich hab das nicht verletzt. Ich habe die Fische auf die Hände. Wenn wir das nicht verletzt, dann gibt es ein Abwehrung. Ich hab das nicht verletzt. Was ist das? Das ist das nicht verletzt, oder? Ich hab das nicht verletzt. Ah ja, hier, warte mal. So, gucken wir uns jetzt mal an, was jetzt hier hinten drauf ist. L, I, Bläschen, größeres I. L, L, I, Bläschen, größeres I. Wo war das, wo bin ich? Also raus, links, links, okay. So, das hier nochmal. Achso, ja, ich muss erstmal aufhören, genau. Error. Empty cartridge. Refill with treatment solution. Aufmachen, muscle, love is. Links und nochmal links, genau, okay, hab ich doch vorbei, wir töten hier nicht. Chris, um wieviel Uhr? Ah, jetzt ist das offen, ah, jetzt kann ich reinfüllen, wa? Ha, geil. Manual mode engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Uh. Uh. Ah Also einmal das hier abfüllen Jetzt das hier Warte mal Ne, das mach jetzt jemand Um 16 Uhr Du musst den Stream früh anfangen Am Mittwoch Du musst schnell nach Hause springen und sofort den Stream anmachen So Das war so dumm Das war ein dumm Idee Das war echt ein dumm Idee Ähhhhhhhhh Können wir noch mal alles voll, oder? Dann nehmen wir es mal so. Hey, mich dann dumm. Bin ich ganz stupid oder bin ich ganz stupid? Hä? Warte mal, ist das jetzt gefüllt so? Das ist die Hälfte und das ist dreiviertel. Heißt also, ich muss das einmal auffüllen. Ich bin mal am Lörg, ok, bis gleich. Jetzt habe ich es geschafft. Ich bin Tim. Ich bin Tim. Tim, ich bin's. Aber dafür bin ich. Die Lösung, let's go. Ich hab alles hier. Ich hab alles hier. Ich hab alles, ok. Geben wir weiter. Hab ich noch Munition? Nein. Oh, fuck. Hier war ich schon drin, oder? Hier war ich schon drin? Genau. Ah, fuck. Hier war ich schon drin, oder? Ich hab hier war ich schon drin, genau. Ah, ich muss bestimmt den Weg dann da freimachen. Ich muss irgendwie wieder Munition herholen, glaube ich. Erstmal die Lösung reinmachen, genau, ich Idiot. Error, Solution Temperature is outside, acceptable. Das heißt... Ah, okay, okay, ich war doch richtig. Ich war doch richtig. Ich war doch richtig, ich muss halt durch die Tür. Ich bin ja, glaube ich, abgehauen, weil da so viele Viecher waren, wahr, genau. Genau, hier durch die Tür. Ah, genau, ah ja. Da kein Strom ist, komme ich hier nicht durch. Ah, da war Schruffeln-Money. Oh boy. Bam! Wo ist die Schruffeln-Money? Ach, hier links. Das haben vorbei gelaufen. So, jetzt muss ich das hier irgendwo reinmachen, hier hinten, ja. Ah, jetzt habe ich ja die Box, oder? Wo kam die von hier? Ah, ich muss sie zurückbringen, wahr? Ah, ich muss sie zurückbringen, wahr? Kann ich sie nicht wegwerfen? Ich kann sie wegwerfen. Jetzt. Ah, muss ich wieder ganz zurückgehen, wahr? Ach so, ja. Können die Kami? Nee. Oh, Schock-Statter. Steht doch jemand. Alles klar. Okay, ich fress halt ultimativ viel. Bam! Tschüss. Hier war ich doch schon, oder? Ja. 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 Wie ist es schon lustig? Easy. Komm schon. So, so ist richtig, glaube ich. Hä, bin ich dumm? Jetzt. Hä? Du musst das checken? Hä? Ah, so. Ich bin ein Vogel. Ach. Ich hab schon umgestellt. Dankeschön, Lieben. Ich bin ein Vogel. Ach hier, Junge. Der Profi. Ich musste auf dieses M umstellen und dann musst du es reinmachen. Ah. Jetzt auch der Grund, warum der... Was steht da? Move. Der Move. Der gute Move. Easy. Jetzt werde Licht. Jetzt kann ich auch in die Tür reingehen. Natürlich wird der Pump vorausgehen. Hallo? Puh. Ich muss nur speichern. Ich muss nur speichern. Warte auf. Scheiß drauf. Nein. Neue Munition. Let's go. Okay, voll gewastet irgendwie. Da draußen auch noch was. Ne, ich muss da hin. Geradeaus, rechts, links. Biesengegner safe. Biesengegner safe. Willkommen zurück, Dr. Peter. Sie haben einfach einen Heiligen und überlebt einfach. Sie steht einfach trotzdem auf. Juckt niemanden. Aufmachen. Wer hat den Frieser örtet? Ah, hier vorne. Jetzt. Ha! Der Profil. Cooling sequence in progress. Let's go. Let's go. Let's go. Oh. Cooling complete. Feet. Hä? Bisschen Schuhe für den Muni. Jetzt kommt ein Gegner. Pass auf. 100%ig. Wenn jetzt keine Gegner kommen, dann weiß ich auch nicht. Dann ist das Spiel. Sass. Sass. Aufmachen. Was hör ich hier? Okay, bock. 20% für jeden. Okay. Kurz zwischenspeichern. 있는 Minder. Jusper. Ich nehme dich auf. Dann bitte. Ich nehme mich. Ich nehme dich mit dir von mir. Oh ja. jetzt gib ihm gib ihm keycard stufe 3 ok, let's go im face, im face ist viel Oh, Upgrade. Sag ich doch. Oh, er schon wieder? Oh mein Gott, mich attackiert gerade irgendwas. Nein! Step! Ah, jetzt kannst du auf die andere Seite aufgehen. Jetzt zurück rennen. Schnell weg hier! War so klar, dass der Typ immer wieder wegkommt. Ich hoffe ich dich, ja. Ich hab keine Flamme, der bestimmt die Abkürzung war. Junge, schön laufen. Ah, Junge, schön laufen. Ich kann nochmal speichern. Vor ich sterbe. Gib ihm. Am besten schnell den Übergang wegmachen, damit er nicht rüberkommt. Könnte ich irgendwas kombinieren oder so? Nein, ich kann nur nachladen, ne? Ne, auch nicht mal. Denied! Ob sie dann nicht spürtet, dass ihr denied! Was ist denn jetzt für Munition? Achso. Bist wieder da? Sehr gut, Kesha. Was hast du gemacht? Kesha wird wahrscheinlich am Mittwoch... Oh. Ich werde höchstwahrscheinlich am Mittwoch, äh... ...den Stream früher starten. Wahrscheinlich um 16 Uhr. Weil... ...das neue Battlefield gezeigt wird. Ach man, nein! ...dann ist das nicht so meins, ich wollte es nur sagen, dass ich am 16 Uhr wahrscheinlich den Stream anmache. ...dann ist das nicht so meins, wenn er mich will, dann will es doch nicht. ...dann ist es auch nicht so meinsch... ...dann ist es in Physik unterbrochen. ...dann ist es auch hier, mein Model. Der G-Virus Surprise Wird geschossen Wird noch einmal fragen Er ist tot Wird noch einmal fragen, warum schießt du sofort? Wir haben ihn wirklich ein paar Kugeln gegeben und hat ihn dann nach seinem Puls gefühlt Sehr gut Das ist korrekt, Sir Roger das Nur die Samples Lass uns gehen Abmarsch So Das waren die G-Samples Gib mir die Ladung Gib mir die Ladung Ich will auch eine Ladung haben Ich hab mega Bock auf Battlefield 6 Ich bin gespannt wie es wird Irgendwas ist hier noch Aber wir gehen weiter Krautblau Ich hab noch gelbes Pulver noch bei mir im In der Schuhe gehabt, oder? Ja Kann man das kombinieren? Ja Ja Baby Kommt der Typ eng schon hinterher Boah Soll er anscheinend moderne In unserer Zeit spielen Battlefield 6 Uh What the fuck Huh Das war einfach Hinter ihm Das war einfach 2 Unlaufen Unlaufen remo下去 oh 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 nochmal schnell sprechen bevor ich sterbe der kommt jetzt safe zurück man jetzt hier kommt er der kommt so safe jetzt wieder zurück man über überraschungsding oder so das ding schon wieder he is mine this has 10 what the hell is going on sorry william you left me no choice sorry william wir hatten so viel spaß william you called this thing william why ich will auch ein schulter kumpel eigentlich ist sie böse hier oder war nicht böse ein schulter kumpel alles ich bin ein schulter kumpel ich bin ein schulter kumpel bei mir ich bin ein schulter kumpel William, was war das? Das war alles? Das G-Virus. Er lebt doch, er lebt doch, er lebt doch! William, nein, William! Er ist jetzt mein Sneakers. Geht's gut? Wer will hier, Alter? William wird noch ganz klussbar. Jetzt darf ich spielen. Oh, Beno! Wo soll ich denn hin? 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 Oh, Beno! Nein, das war ein Blumenant! Nein, das war ein Blumenant! Ich weiß nicht, wenn ich die Schlange hinbekommen habe. Nein, das war das... ähm du tot ey ok ja tschüss soll ich das schaffen er ist halt mega alarm er kann ja nicht mal sprinten der typ die war es immer fächte flashbang werfen war erstmal die cutscene kann ich skippen ich bin kaputt kann ich skippen ja überspringen wie soll ich denn da ausweichen jungen ist einfach an er ist einfach William ich hab Schild jetzt das sind einfach alles Sackgassen soll ich den Digi-Shop geben komm ich geb den Digi-Shop alles zusammen ich hab keine Flashbang mehr ich hab keine Flashbang mehr william chill mal wenn man ganz knussbar jetzt ok er Ally kann ich noch Ich hab denisekt gegeben die muzicle seh die musik img End-Boss, ich glaube schon, ja. Oh, ganz ruhig, William, bleib mal ganz knuspern. Gefahr. Da, was er da? Soll ich jetzt nicht ein Knabes? Wo, 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 wo. Woh, 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 woh! Ren, Junge! Stab in foot! Boah, sie ist echt nice! Bude! Jetzt brennt er, Alter! Jetzt brennt er! Boah, was wird das? Lass es mal liegen, Alter! Lass es mal liegen, Alter! Oh, hab ich noch Musik? Oh, die erste Phase von 10! Controller-Insel geht mir einfach scheiße! Auch, ja! Der lebt safe noch! Der lebt hundertprozentig noch! Da ist mein Messer wieder abholen! Der lebt hundertprozentig noch! Er geht, er geht, ja! Keine Muni mehr! Keine Muni mehr! Keine Muni mehr! Ist auch schon alles aufgehoben? Sieht so aus! Attention! Ich hab schon alles, okay! Deine, ciao! Hoppala! Da, da, haupte! Ich hab schon alles, okay! Deine, ciao! Hoppala! Da, da, haupte! Da, haupte! Nein! Damn! Da, haupte! Ich hoffe, du bist richtig! Aber, wenn das G-Virus... ...kommt in die falschen Hände... Ja? Hallo? Was? Ja? In die falschen Hände? Sie schlägt einfach ein! In einem falschen Moment! Ich erzähl nicht mal jeden Satz weiter! Traurig! Pamka Muni! Kann man hier nicht irgendwo speichern? Kann man kombinieren? Schau, schau! Ja, weg damit! Atenzione, Atenzione! Boah, ich bin kaputt, Alter, von diesem Workout, Alter! Ada Wong! Ada Wong! Wollt! Bist du nicht? Oh! Ja, hier! Na, da! Da! Na, da! Ja, hier! Da! Da! Geh! Ich versuche, ich versuche! G-R! Ja, ich versuche, du hast! Oh! Ich versuche! Fue das! Ja, ich versuche die G-Sampel! we get the hell out here before we do that i ran into a net she claims you're not fbi oh nice have we got nuggets? nice, very good. gönn dir. why couldn't you just hand over the sample? because i realized, as much as i wanted to trust you, i really hoped it wouldn't end up like this. that's all this was. i was just some pawn to you. look, i'm just doing my job. and i'm doing mine, so drop that damn gun. i'm taking you in. hand over the sample, leon. i don't want to hurt you. damn okay, i like that. she is this odd. and you shoot me. but i don't think you can. THE NEXT FINISH atmosphere Thanks guys a lot of hours are not unified. what did you do? Ah, no, no... no! here we go already. why are you... and you Auf einmal fällt alles auseinander, komplett aus dem Nichts, fällt das ganze Haus auseinander. Nein! Nein! Du bist perfekt! Nein! Fortale action! RIP an die gefallene SIS Oh, auf Zeit, auf Zeit geht gar nicht, auf Zeit muss ich mal auf Klo Die ist einfach gefallen, Leute, die ist einfach gefallen Hab ich eigentlich alles? Oh, ich muss auch in den Schlafraum, ab in den Schlafraum, Leute Die Zeit nehm ich mir noch Aufmachen Diesmal geht am Ende alles hoch Nein, die Tür ist versperrt Ja, achso Alles gut, Leute, alles gut, ich lebe noch Hä? Muss ich hier raus? Hä? Lass mal speichern Immer speichern Ich muss ganz kurz auf Klo, Leute, ich bin gleich wieder da, ich lasse euch kurz Musik an Tut mir leid, ich muss ganz kurz auf Klo Gehnt euch, wir sind wirklich auf Klo Gehnt euch, bis gleich Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 die farbe hat einfach langweilig. Ok Leute, es geht weiter. Warum ist die Tür offen? Boah, Pizza könnte ich jetzt auch essen. Lockdown, hier kommt auch nicht rein. Ich muss zurück gehen. Denke ich mal, oder? Ja. Kann ich hinter dem Empfangenknopf drücken? Ne, sieht nicht so aus. Oh, oh, es brennt. Achso, sie muss in den Fahrstuhl rein, Idiot. Achso, ich muss in den Fahrstuhl rein, Idiot. 8 Minuten bis zur Detonation. 8 Minuten bis zur Detonation, aber im Fahrschule noch die geile Musik anhaben. Bin ja mal mit einem Freund zocken. Viel Spaß. Danke fürs Einscheiden, Kesha. Damn Claire. Ja. Wirklich. Oh nein, der Typ ist da noch mal. Jetzt kommt der Typ wieder. Pass auf. Jetzt kommt der Typ. Das wärs. Jetzt kommt der Typ mir noch entgegen. Komm wieder. Pass mal auf. So wird sein. Miss Time gewasst, dem ist gerade egal. Brauchen wir was? Ne. Jetzt kommt er. Schnell. Exit. Ich hab keine Munition mehr von dem Flammenwerfer. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Was hab ich gesagt, Leute? Was hab ich gesagt, dass er wiederkommt? Ja wär ich jetzt auch durchgerusht. Aber so wie ich so ein Spiel kenne, wenn mich das euer verfolgt, dann bestimmt noch ein kleines Rätsel oder so. Pass mal auf. Oh oh, er hat mich. Oh oh, er hat mich. Ich finde voll nice, wenn du Storygames zockst. Also nicht, ja? Ne, deswegen will ich eigentlich mehr Storygames spielen und auf Bücherbuch laden. Es freut mich, dass es dir gefällt. Wenn es ernst ist. Warum hab ich denn überall ein Inventar? Wozu brauch ich denn ein Inventar? Für was denn? Erstmal looten. Erstmal noch looten. Was ist das? Verbindungsstecker? Okay, was kann ich weghauen? Ähm, was könnte ich weghauen? Ich muss irgendwas weghauen. Irgendwas muss ich wegpacken. Pistolmoni. Ahhhh, Flashbang. Obwohl, die Flashbang könnte ich vielleicht noch gebrochen zum abhauen. Ich könnte... Granate wegpacken. Und ein Messer. Okay, kurz noch. Let's go. Jetzt schon was. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Pull, den Trigger. Ich hab auch Bock auf Story games zu zocken. Da hab ich mega Lust zu. Ich hab schon später nochmal Warsons. Ich hab echt Bock auf Warsons. Ich wollte auf jeden Fall noch einen Warsons Sieg holen. Ich bin überlegen, ob ich jetzt auch noch Sushi bestelle. Ich hab auch immer auf Sushi. Oh, Alter. Oh, Junge. Wow, Junge, er ist packed, Alter. Good one, Junge. Er sieht einfach aus wie ich. Er sieht einfach aus wie ich. Einfach Zwillinge. Oh. Junge, nein, 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 nein. Ich glaube, ich kann ihn nicht töten. Ich glaube, ich verschwende Munition, oder? Ich glaube, ich verschwende Munition. Ich glaube, ich verschwende Munition. Alles klar, Junge. Er hat einfach einen Aim. Junge, hä? Jetzt geht der Pump ins Auge, Alter. Okay, juckt die nicht. Juckt die nicht. Die Musik ist geil. Die Musik feiere ich. Juhu, oha. Juhu, der Typ ist einfach unstoppable. Unstoppable. Schidori, einfach Schidori. Er hat einfach Schidori. Flashbang. Die sind zwei Prozent. Juhu, wie soll ich denn da out dodgen? Wie soll ich denn da out dodgen? Oh, alles klar. Oh nein, mach Schidori wieder. Mach ja Schidori. Komm her, Juhu. Boah. Boah. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, überleg. So eine Raketen wäre nicht schlecht. Ja. 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 Darauf hast du recht. Wiii. Mit der Munitionskiste. Spoiler, Leute. Boah, wusstest du das, Daniel? Boah. 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 Dogemaster, Darity. Ich가 immer noch. Pass auf. Ich gebe in den... Äh ich hab noch 3 KIRKGiMärpast Làns. Ich gebe in den jetzt. Boah. Geil. Vielleicht darfst du nicht so straight sidestepen, sondern mehr an ihm vorbeigehen, während er springt. Ja, kann auch sein, ja. Aber ich hab jetzt mal den mit Rasen-Gardus in Chi-Domi zu kontern. Ja, ja, aber dann ist immer so. Also, es geht immer tiefer, immer tiefer und irgendwann kommst du einfach irgendwann auch noch von oben raus. Ok, ich bin jetzt auf den Zug gesprungen. Ich weiß gar nicht, wann der Zug fährt. Um diese Uhrzeit, um diese unchristische Zeit. Jetzt kommt Ada Wong, denn sie hat überlebt auf dem Zug. Ich kann nicht glauben, dass ich sie eigentlich vermisse. Leon? Leon, raus. Oha, aber ich schmeiß das weg, vielleicht brauchst du's noch, Bro. Dein Inventar war voll. Dein Inventar war noch gut. Da hat's noch Platz gehabt, er schmeißt einfach weg. Diese eine Tür, die ihn jetzt rettet... Alles klar! Okay, genau auf den Zug. Ist das das Ende? Ey, ist jetzt nicht das Ende, oder? Das ist das Ende, oder? Einfach ey, ist gestaubt! Ich spiel's jetzt Claire-Story, ja, ja. Das ist das Ende, oder? also wenn das jetzt das ende ist und das von allen ich muss ehrlich sagen vom ende bin ich ein bisschen enttäuscht er ist einfach auf irgendeinem zug aufgesprungen aber waren die da random drinne wo kommen die raus ist das ein Teil denn oder keine ahnung oder sag ich doch das ende war sehr abrupt und real das richtige ende ist bei leon b kann ich skippen ich habe doch gesagt er lebt noch sieben stunden sieben stunden dogs sieben stunden habe ich das game gezockt die story nur von dem ok was für b was für b sieben stunden sieben stunden sieben stunden sieben stunden